Ist das du ein Fischi dran? Bist du gar eine goldene? Dann darfst du noch nicht eine heute. Und in der deutschen Bank wollen sie wissen woher du das Gold hast. Wie bitte? Wenn du mit Gold zu einer deutschen Bank gehst, wollen sie eine Quizung haben woher es kommt. Sonst denken sie, es ist illegal. Was habe ich gehört neulich? 1500 Euro darfst du ohne Erklärung auf die Bank oder wechseln. Wenn es mehr ist, dann musst du erklären woher das kommt. Woher das kommt, was ich gehört habe. Ich habe ja kein Gold. Nur Goldforellen. Ja. Sollen die dann heute Abend gleich grillen oder? Ich auch mal grillen, ja. Heute Abend? Jupp. Gut. Der hat das Fleisch. Ja. Der hat auch, nicht zwei, aber eineinhalb auf jeden Fall. Ja. Auf was für einen Köder? Mit grünem Power-Bike. Passte. Und dann schleppen. Ja, schleppen. Und dann Power-Bike. Genau. Hältst du mal den Fisk hoch? Selbstverständlich. Den Fisk. 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 Guck. Nugo. Juck. Jetzt hat es auch gut. Juck. cz